Okay, dann machen wir ihn so bright, dann bauen wir eine Leiter da an. So ein schönes Delfinmuster, was man durch die Wasserreflekte oder wie auch immer total geil gemacht ist, also da haben die Entwickler auch dran gedacht, dass man, wenn man ins Wasser guckt, nicht gleich das sieht, was man eigentlich sehen sollte, weil das irgendwie total verschwommen ist. So, wir machen auf die eine Seite so ein Licht, und auf die Seite machen wir nur neben der Treppe Licht. Mehr machen wir nicht. So, dann läuft es jetzt weiter. Es lag, 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 nein, eigentlich nicht, egal. Hunger, er hat Hunger. Ja, dann kommt er, ja, kommt er, aufräumen. Oh, sie tanzen, sind beide. Gut und böse, irgendwie merkwürdig, aber egal. Sie lernen sich dadurch besser kennen. Das ist gut. Arbeitet, arbeitet, arbeitet. Macht sie was zu essen, tanzen. Gut, dann spulen wir mal ein bisschen vor. Tickets zählen für Sophia Busch. Beim letzten Spiel wurden unglaublich viele Tickets verkauft. Doch man weiß, besteht der Stadionbesitzer nun darauf, dass die Tickets heute noch gezählt werden, damit er die Rekordzahlen rechtzeitig der Presse mitteilen kann. Deine Kollegen haben dich gebeten, länger zu bleiben, um ihnen beim Zählen zu helfen. Deine Ansehen würde erheblich steigen. Natürlich nur, wenn du kein Problem damit hast, Überstunden zu machen. Natürlich machen wir damit. Schön Zeit haben. Thomas hat so viel Spaß, dass er schon fast kriminell ist. Und er hat Hunger, aber egal. Jetzt erst ihr essen. Die Monenpfandkuchen. Und da hat sich... Sonja, glaube ich... Ja, Sonja. Hat sich da was richtig Gutes ausgedacht. Und da hat sich... Ich habe Hunger... Ich habe Hunger... Ich habe Hunger... Speziell... Freundlich... Öffnen... Ich stelle mal was zu essen bereit. Ach ja genau, der hat ja total viele Sachen, das weiß ich nicht. Und diese ägyptische Statue könnte man zum Beispiel hier im Haus irgendwo hinstellen. Was aber total sinnlos ist, denn dieses Teil ist sehr viel wert. Es lohnt sich ja nicht, mich irgendwo hinzustellen. Aber wiederum, Andenken sind immer was schönes, deswegen ist das jetzt mal... Genau, vom Computer rauf. Dahin, brillant, beschliffener Diamant. Richtig Diamanten hat er sogar. Ach Bilder... Die können verkauft werden, die Bilder die er da gemacht hat von dieser Treppe, die nicht so gut geworden sind. Nein! Ich bitte um zu gehen, höre dann auf damit. Nach Karrierefragen klaudern, dreht und verschleuchte zusammen tanzen. Ähm... Zusammen zusehen. Dann unterhalten sie sich, lernen sie besser kennen. Oh... 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 Aus! Solltest du weiter auf die Suche nach der perfekten Debatte ausgehen? Huh? Naido. Da könnte man so lassen. Ja, der Diamant muss da raus. Da hinten die Ecke. Die ist müde, das ist verständlich. Bücher, Essen... Das sollten wir mal hier reinfügen. Das ganze Essen. Ups. Öffnen. Weil... Wenn das nicht im Kühlschrank ist, muss man jedes Mal Geld bezahlen. Obwohl man das schon hat. Naja. Alles schon reinziehen. Was man so alles feines noch hat. Alles schön da rein. Na komm. Das dauert eine halbe Ewigkeit. Dass ich das da alles reingeschmissen hab. Auch diese komischen Teile hier. Ne, gehören da nicht rein. Okay. So schon. Platzieren. Platzieren. Kann man auch im Garten platzieren. So ein Zelt ist auch was schönes. Steht man dann hier so hin. Wo auch immer der Eingang ist. Ich glaub da ist der Eingang. Was sieht man dann rein. Schon hat man das wunderschön gestaltet. Sie hat ein Buch dabei. Sie hat gar nichts. Sie hat zwei Fische dabei. Fische. Fische könnte man auch ein Kühlschrank sein. Dann kann man später total gutes, leckeres Essen. Für wenig Geld. Fasten. Die Kollegen haben dich sehr gefreut. Dass du dir länger geblieben bist. Und dass du ein Ansehen gewonnen hast. Da haben sie überstanden. Und der anderen sagst. Das ist doch gelohnt. Und sie wurde befördert. Und hat Kohle mitgebracht. Hat sich doch wirklich gelohnt. Die Fische da alle rein. Auch die Qualle. Leuliche Eier. Hast du das Buch? Ah. Ne, ne, ne. Das tust du noch nicht. Freundlich. Geschicht erzählen. Steh auf. Was macht denn das? Du hast die meisten Sachen weil... Weil hier... Goldbar. Oder Kufferstippchen. Von anderen verkaufen. Eisen. Schmelzen lassen. Alles einschmelzen. Schmeißen lassen... Schmeißen lassen... Schmeißen lassen... Schmeißen lassen... Ich glaube, ich bin ja wach, wenn nicht... Oh ja, versteht sich sehr gut mit dir. Das freut mich. Das freut mich. Oh Gott... Schlau... Schlau... Ach du, die Tanken... Hey, Gorg! Okay... Dann gehe ich schlafen... Ich warte bevor du schlafen geh... Räumt noch das da weg... Dann gehe ich schlafen... Räumt weg... Schlafen... Ah, was macht die... Dunkel da? Aber sie... Nix, sie geht jetzt auch gleich schlafen... Gut... Dann verfolgen wir ihn weiter... Spund vor... Ah, der eine Rechner ist kaputt... Der eine Rechner ist kaputt... Nein... Ich könnte selber reparieren... Ah, dann warten wir mal, was der Tag so alles noch bringt... Ja, doch der Tag... Der Sonntag... Oh, was ist da? Neuer Freund... Ich meine, neues kennengelernt zu haben... Schön... Vater... Freundin... Freund... Oder nach Hause einladen... Ah, er ist wach... Dann kannst du mal... Hier hinten... Benutzen... Handwerker hofen... Und danach kannst du dein Buch... Weiterschreiben... Schreiben... Weiterschreiben... Schraben... Weiterschraben... Handwerker... Kommt in einer Stunde vorbei... Was meistens eigentlich nicht so stimmt... Aber egal... Oh... Er hat... Glücklich... Heute ist der... Glücklichste Tag für John... Wer weiß, was dieser Tag sonst noch alles bringt... Wegen...